Achtung, wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, ist heute der fucking 1. April und das bedeutet, dass sich irgendwer irgendwo und immer wieder einen April-Scherz ausdenkt und jemand anderen über diesen April-Scherz spielt, damit der entweder sich doch gefreut oder sich verletzt als von Beidem und... Naja, aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ich mal dieses Jahr auch einen April-Scherz und habe den auf Video aufgezeichnet und möchte euch einfach daran teilhaben lassen, weil ich es so verdammt episch finde, was ich mir da ausgedacht habe. Ihr kriegt am Ende des Videos dann auch eine Liste mit allen Sachen, die ihr braucht, um diesen April-Scherz nachzustellen und ihr könnt ihn dann nächstes Jahr machen, weil der so verdammt episch ist und geil und ihr wisst schon. Deswegen kommt jetzt auch heute kein Video, also morgen kein Video, sondern nur heute, weil heute ist ja 1. April und morgen kommt dafür nix und nächste Woche kommt der... 2. April-Scherz 2. April-Scherz 2. April-Scherz Untertitelung des ZDF, 2020